Fisch und Fang, das Erlebnismagazin für Angler. Jetzt überall im Handel. Das Juni-Heft. Auch in dieser Ausgabe begleitet ihr unsere fünf Teams wieder ins Wasser und seid bei der zweiten Folge der goldenen Ananas quasi live dabei, wenn die noch eher glücklosen Kunstköderangler mein Team Deadbait in die Schranken weisen wollen. Ob das klappt? Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt habe ich Bürger gefragt, wie ich denn diesen Schleim abbekomme. Endres ist einfach ein Weichei. Soweit hast du Nordfriesland mit Brassenschleim gemacht. Bürger, nein, das hast du jetzt nicht wirklich vor. Du wirst deinem Namen Doofmeier doch jetzt nicht alle Ehre machen wollen. Nein, der tut es wirklich. Da dreht sich selbst dem hartgesottenen Ostfriesen und Schiedsrichter der Magen um, der leckt den Brassenschleim ab. Ja, habt ihr einen großen Kescher? Auch von mir bekommen die in dieser Ausgabe was zu lesen und als Abonnent natürlich auch was zu sehen. Ich war im vergangenen Jahr zusammen mit Moni und Dirk Ditters bei Home of Monster Fish zu Gast, dem größten Pei Lake der Niederlande und konnte dort einige richtige Traumfische überlisten. Ebenfalls im Heft, auf der DVD und natürlich auf unserer Streaming-Plattform Parei Go findet ihr einen ebenso spannenden wie lehrreichen Beitrag von Birgert Dohmeier. In seiner Serie So ticken Barsche ist er erneut an einer Talsperre unterwegs. Dieses Mal mit einem ganz besonderen Wobbler. Also liebe Leute, schnell ab zum Kiosk oder schaut doch mal im Parei Shop vorbei. Dort könnt ihr die Fisch und Fang ganz bequem bestellen oder natürlich am besten gleich abonnieren. Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Die Juni-Ausgabe jetzt im Handel.